Es schneit, es schneit, kommt aller aus dem Haus. Und so weiter. Ihr kennt es ja. Ja, hier ist zwar teilweise bewölkt im Spiel, aber ich werde es auch noch zeigen in einem echten Clip dann. Ich habe hier wieder einen wunderschönen Cluster-Spawn und ich habe Hilfe angeboten bekommen beim Schneiden des nächsten Videos. Ich erzähle einfach ganz kurz, was da wohl passieren wird. Diese Schneideassistentinnen werden mir eben das nächste Video zusammenschnipseln und ich dachte mir, ich beginne einfach mal mit einem Shiny-Check-Clip. Alles, was shiny sein kann, klicke ich jetzt einfach einmal an und ich fange die dann nachher off-screen. Also, wer nicht... Hallo? Hallo? Blaues Nasha, den blaues Anton wäre natürlich genial. Habe ich auch noch nicht. Die Eier, der Eierhafen hier hinten. Kann man sehen, ja, unter dem Magnetilo, der Eierhafen kann leider nicht shiny sein. Aber der hier noch. Wie ihr ja kennt das im letzten Video. Also, leider auch nicht. Und das war's dann auch schon. Sorry. Hm, vielleicht im Laufe des Tages. Ich statte mal der Lachse noch einen Besuch ab. Möchte nämlich in diese Arena hinein. Ob die Mädels dann... Oh, super, jetzt bin ich zu weit weg. Jetzt läuft mein Charakter einfach weg. Ob die Mädels dann, also meine Schneideassistentinnen, diesen Clip dann verwenden? Keine Ahnung. Ganz kurz was Effektives nehmen. Effektiv ist zum Beispiel Kampf gegen Normal. Relaxo ist eben Normal-Pokémon. Und ich hab hier... Ich hab hier 200er Macho Mai. Naja. Klaffen wir die doch mal kurz in die Arena hinein. Mal schauen, ob wir überhaupt eine Ladeattacke rausbekommen. Ja, eine geht schon. Und... Nein, hat er nicht mehr gezeigt. Aber hier war sie noch. Die Animation war zumindest noch da. Natürlich war das großartige Arbeit. Und jetzt darf ich hinein. Hoffentlich läuft der Charakter nicht zu weit weg. Oh, schon wieder. Ich guck noch ganz kurz, ob ich wieder hinkomme. Wenn nicht, war's das für diesen Clip. Hm? Das war's wohl. Das, liebe Fische, war's an der Stelle komplett. Nee, läuft leider nimmer weg. Äh, nimmer hin. Bist schwer. Ey, ich gewasste echt glas. Ich gewasste echt glas. Hm? Da es ja ein Wasserbiom hier ist, würde ich sagen... Shiny Kingler. Wow, und obwohl ich schon wieder zu weit weg war, hat er mich noch... Jetzt bin ich zum Beispiel schon wieder zu weit weg. Ich klicke überall wie verrückt, aber es geht nix. Aber Shiny Kingler, passt. Tschüss, bis dann.